Ja moin zusammen, super, dass ihr auf den Samstag wieder dabei seid. Europa heiß auf Kone, SSC Neapel mit Interesse Anita Kura und die Baustelle Florian Neuhaus. Und ich bin wieder da. Nach einer längeren Pause sind die Akkus bei mir wieder voll aufgeladen. Und am 3. Januar wird es die Folgen auch wieder bei mir im gewohnten Studio in Berlin geben. So lange gehen wir uns mit meinem alten Kinderzimmer zufrieden. Und ab jetzt wird es wieder tägliche Updates von Buschis Borussia geben. Wir haben ganz, ganz viel vor. Große Projekte in 2024. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Und wenn ihr wollt, dass wir mit diesem Kanal ins perfekte Fahrwasser starten, ins neue Jahr, dann lasst ihr jetzt alle ein Abo und einen Daumen da. Tut nicht weh. Und damit unterstützt ihr mich. Ganz kostenlos. Ist eine feine Sache. Und jetzt starten wir rein mit einem Transfer-Update. So sind wir mit Buschis Borussia vor anderthalb Jahren gestartet. Und so starten wir auch in das neue Jahr 2024 dann in ein paar Tagen. Und jetzt geht es los. Und ganz Europa ist heiß auf Manu Cuné. Unter anderem PSG, Bayern München, Lyon, Neapel, Juve. Das sind so die Kandidaten. Wenn man die Medienberichte mal selektiert, sind das die Namen, die auftauchen. Bayern relativ neu in der Gerüchteküche. Das hat der Fokus berichtet. Das hat FCB Insight berichtet. Dass Bayern wohl interessiert ist, weil sie sich breiter aufstellen wollen, ist jetzt keine Holding Six. Das wissen wir alle. Ja, PSG soll interessiert sein. Ich glaube, das liegt ganz nahe, wenn der U21-Kapitän der französischen Nationalmannschaft, ja, ich sag mal, auf dem Transfermarkt steht. Lyon, Neapel, Juve bei Juve soll er als Pogba-Nachfolger gehandelt werden. Allen ist klar, der Vertrag von Manu Cuné läuft ohne Ausstiegsklausel bis 2026. Klar ist aber auch, dass Manu Cuné schon, glaube ich, mit dem Gedanken spielt, Borussia zu verlassen. Ja, und jetzt muss man halt die Entscheidung treffen, macht man es im Winter oder wartet man im Sommer? Bis zum Sommer. Ich glaube, es besteht schon die Option, Roland Wirkus davon zu überzeugen, Manu Cuné auch im Winter schon abzugeben. Da muss halt die Ablösesumme stimmen. Ich glaube mittlerweile, wenn jemand bereit ist, über 30 bis 35 Millionen zu bezahlen, dann wird Manu Cuné noch diesen Winter geben. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube mittlerweile auch vielleicht, dass es... Manu Cuné ist ein ausgezeichneter Fußballer, definitiv. Aber jeder weiß ja eigentlich, okay, der spielt jetzt eher dafür, um noch einen großen Vertrag zu bekommen bei einem noch besseren, sportlich gesehen. Es gibt keinen besseren Klub, aber sportlich gesehen vielleicht noch bei einem internationalen Klub. Und vielleicht könnte man durch so einen Transfer auch mehr Ruhe in den Kader bekommen. Noch ein, zwei Vorgriffe auf den Sommer machen. Vielleicht, ja, noch einen defensiveren Sechser holen als Manu Cuné, beziehungsweise einen defensiveren, also Manu Cuné ist ja ein Achter, einen defensiveren Mittelfeldspieler holen, eventuell noch in der Verteidigung nachlegen. Und ich glaube schon, dass ich bei 30, 35 Millionen sagen würde, danke Manu für deine Verdienste. Aber hier ist dann Schluss. Wir erfüllen dir deinen Traum. Wo immer es dann auch geht. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, ab 30, 35 Millionen würde ich es machen. Und jetzt kommen wir zu einer Baustelle, beziehungsweise Kohi Takura ist heiß begehrt. Das wissen wir alle vom SSC Neapel. Das Interesse ist wohl auch wieder entflammt. Problem bei Manu Cuné, bei Kohi Takura ist halt einfach, und das wissen wir alle, der Asia Cup, wenn sie ins Finale kommen, und Japan ist eigentlich mit der Top-Favorit, ist das sehr wahrscheinlich, dass er bis zum 10. Februar Asia Cup spielen wird. Und dann wird er noch zwei Wochen Urlaub bekommen. Also wird er frühestens wahrscheinlich, wenn Japan einen erfolgreichen Asia Cup spielt, Ende Februar zur Verfügung stehen, was natürlich für uns extrem, extrem bitter ist. Ich glaube nicht, dass bei Kohi Takura ansatzweise ein Wintertransfer infrage kommt, weil er einfach auch für keinen anderen Klub eine Soforthilfe wäre in dem Fall. Und sein Vertrag läuft auch noch bis 2026, ist wahrscheinlich schon mit Kohi Takura, mit Manu Cuné, unser werthaltigster Spieler, die beiden. Aber da rücken auch einige nach. Rocco Reitz entwickelt sich sehr gut, Luca Netz entwickelt sich. Da werden wieder Marktwerte geschaffen. Und das ist auch sehr wichtig. Aber einen Kohi Takura-Transfer glaube ich nicht. Zumindest nicht im Winter. Ich glaube, im Sommer wird das Thema noch mal heißer. Und klar, also die Baustelle Innenverteidigung ist klar. Du hast mit Wörber jemanden, der womöglich wieder zurückgeht. Mit Elwedi jemanden, der gerade seinen Berater gewechselt hat, Pini Zahavi. Mit Marvin Friedrich jemanden, der mit Sicherheit absolut unzufrieden ist. Und mit Toni Janschke jemanden, der im Sommer seine aktive Karriere beenden wird. Ja, und dann hast du natürlich, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie man im Sommer die Verteidigung plant, weil wir faktisch einfach zu viele Gegentore kassieren. Und dass da vielleicht auch noch ein größerer Umbruch vorsteht in der Innenverteidigung, als wir uns aktuell denken. Also da bin ich auch mal auf eure Einschätzung gespannt. Und wo ich nicht nur auf eure Einschätzung gespannt bin, sondern auch über euer Wissen, ist beim Fall Winsley Bottelli. Wir kennen den Jungen alle. Er spielt bei uns eine überragende Rolle in der U19. Er hat auch schon in der zweiten Mannschaft im Kurzeinsatz zwei Tore gemacht. Juve soll ihm jetzt einen Profi-Vertrag vorgelegt haben. Und ja, er hat wohl auch seinen Berater gewechselt, aber Bottelli hat auch gesagt, dass er eigentlich das Vertrauen von Borussia zurückzahlen möchte. Borussia ist klar, dass sie einen Profi-Vertrag machen wollen. Juve soll ihm ein Angebot gemacht haben. Und natürlich schlackern dann einem 17-Jährigen auch mal die Ohren. Ich weiß nicht, wie hoch der Profi-Vertrag dotiert ist, aber wenn es da um eine Million geht als 17-Jährige, glaube ich, lässt du dir schon relativ schnell mal einen Floh ins Ohr setzen. Und ich bin da nie einer, der den Jungs das Böse nimmt. Also wenn mir einer mit 17 da einen Vertrag hingelegt hätte mit einer Million, wüsste ich auch nicht, was ich gemacht hätte. Definitiv nicht. Ob das immer die bessere Entscheidung ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich weiß auch nicht, wie das, er hat ja noch einen Jugendvertrag, der bis 2025 gilt, ob da man wirklich eine richtige Ablöse verlangen kann oder ob man da nur eine Entschädigung bekommt. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass er bei uns den Durchbruch schafft, wie Rokko Reitz den Profi-Vertrag macht und dann womöglich diese Saison noch zum Profi-Einsatz kommt. Das wäre natürlich der absolute Traum. Aber wenn es halt nicht so ist, müssen wir es unbedingt vermeiden, so einen Fall wie Justin Diehl beim 1. FC Köln aufzumachen. Weil das ist für beide Seiten, glaube ich, dann kontraproduktiv. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sieht das mit Ablöse aus? Das weiß ich ehrlicherweise nicht bei so einem Jugendvertrag, ob man da 10 Millionen verlangen kann oder ob da man da eine Entschädigung von 250.000 bekommt. Wäre natürlich extrem bitter, wenn wir so einen hochtalentierten Spieler in der Phase verlieren würden. Und was auch extrem bitter ist, ist die Hinrunde für Florian Neuhaus. Und er wird mittlerweile auch angezählt. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Ja, Virkus geht so in die Richtung. Er muss sich an seinen Worten messen lassen. Er muss sich zu Führungsspieler entwickeln. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du kaum Einsätze bekommst. Seohane geht aber so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Bei der PK sagt er, eine gute Aktion gegen Wolfsburg reicht halt nicht aus. Und um die Startelf zu kommen, sind alles so kleine Seitenhiebe gegen Florian Neuhaus. Ich weiß nicht, ob Florian Neuhaus der Typ ist, den das anspornt dann oder ob er dann noch ein tieferes Loch fällt. Das weiß ich nicht. Ja, ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Florian Neuhaus ein Wechselkandidat ist oder wechseln möchte und es überhaupt einen Markt dafür gibt. Da bin ich auch auf eure Einschätzung gespannt. Aber ich glaube, Florian Neuhaus kommt drauf an, was mit Manu Cuné wird. Ob man dann sagt, wir trauen Flo Neuhaus die Rolle neben Jule Weigel dann im Zentralmittelfeld zu und setzen davor Rolko Reiz, dass es ein bisschen vielleicht kompakter auch wird. Muss man mal abwarten. Aber ja, Florian Neuhaus muss sich jetzt einfach durchsetzen. Aber ich weiß nicht, ob diese öffentlichen Ansagen, nenne ich sie mal, produktiv sind für den Jungen oder gut für den Jungen sind. Und dann haben wir auch noch einen im Mittelfeld, der sich sehr, sehr gut macht. Beim FC Utrecht hat jetzt auch über seine Zukunft gesprochen. Er denkt nur an den FC Utrecht. Hat sie vom Abstiegsplatz jetzt ins untere gesicherte Mittelfeld geführt mit vier Torbeteiligungen auch. Da kann man dem Jungen wirklich nur zu gratulieren. Ja, und unsere Laien funktionieren in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut. Ob Oskar Fraule noch mal zurückkommt, liegt dann auch nicht so, liegt eigentlich auch nicht in unserer Hand, sondern in der Hand vom FC Utrecht. Da gibt es eine Kaufoption, das ist gesichert. Wie hoch die ist, das ist nicht gesichert. Man geht sich von drei, dreieinhalb Millionen aus. Ich freue mich für den Jungen, dass er da wirklich seine Karriere ein bisschen wieder vorantreiben kann, nach der etwas enttäuschenden Phase bei uns. Und mal gucken, vielleicht kommt er noch mal zurück und wenn nicht, werden wir eine kleine Ablösung bekommen und werden ihn mit dem Gewinn veräußern können. Aber ich bin mal gespannt auf den weiteren Verlauf von Oskar Fraule. Auf jeden Fall, Fakt ist, es freut mich sehr, sehr für den Jungen, das definitiv. Und ja, Wirkus hat sich auch zu Omlin geäußert. Also die Schweißperlen waren nur kurz im Gesicht nach dem Ausfall. Ich glaube aber trotzdem, und das ist wohl intern auch kommuniziert, dass Jonas Omlin wieder zurück ins Borussia-Tor kommen wird im kommenden Jahr. Und ich glaube, dass es auch gut so ist. Also erstmal riesen, riesen Respekt an Moritz Nikolas. Moritz Nikolas haben wir es fast alleine zu verdanken, dass wir im DFB-Pokalfinale stehen, dass wir noch nicht, sogar noch mehr Tore kassiert haben. Hat aus meiner Sicht kaum mal einen Fehler gemacht. Sehr, sehr sicher. Aber ich glaube, der Kapitano, also der Kapitän hinten im Tor mit seiner Erfahrung kann vielleicht auch der Defensive nochmal eine bessere Stabilität bringen. Das ist gar keine Kritik an Moritz Nikolas, sondern einfach, ja, spricht für die Qualitäten noch von Jonas Omlin vielleicht auch noch mehr Führungsqualitäten. Die haben wir im letzten Jahr gesehen, als es nicht lief, ist Omlin auch mal, hat Omlin auch mal auf den Tisch gehauen. Ich glaube, sowas würde uns schon noch sehr, sehr gut tun in Jonas, Jonas Omlin im Tor. Davon bin ich absolut überzeugt. Und ja, und abschließend, Stevie Leiner wird eine tragende Rolle in der Rückrunde spielen. Das sagt zumindest Roland Wirkus. Skelly wird da Konkurrenz bekommen. Ich hoffe einfach, dass er nach seiner Erkrankung auch wieder fit ist und auch der Mannschaft wieder helfen kann. Es wird natürlich ein wahnsinniger Moment, wenn Stevie Leiner wieder im Borussia-Park aufläuft. Vielleicht sogar schon im Januar gegen Stuttgart. Warten wir es mal ab. Ich würde es ihm wirklich, wirklich von Herzen, Herzen gönnen. So viel steht fest. Und jetzt wünsche ich euch noch kein frohes neues Jahr beziehungsweise guten Rutsch, weil morgen komme ich noch mal wieder und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz persönlich guten Rutsch. Und jetzt bin ich auf eure Fragen und Meinungen gespannt. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.